So Leute, wir sind zurück bei Stoneheart. Es kann sein während der Aufnahme, dass ich zwischendurch mal unterbrechen muss. Weil ich Ruchdienst habe. Aber nicht den ganzen Tag rumsitzen will und nichts tun will. Von daher wird das so weiter laufen. Gut. So, wir haben inzwischen drei Wachen, ne? Yes. Die bauen fleißig weiter. Machen die hier eigentlich weiter? Weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, was unser Plan jetzt als nächstes sein wird. Wir brauchen ja eigentlich... Eigentlich die... Da genau, Weaver Workbench und sowas. Webstuhl, alles dahin. Warum macht ihr hier nicht weiter? Was ist mit den Leitern? Außer in dem... Das ist jetzt fällig? Ja. Das noch nicht. Das auch noch nicht. Und das ist auch fällig. Okay, Crafters. Zack. Wie soll ich mich tatsächlich schon mal darauf vorbereiten? Da, Bolt of Leather. Geil. Bolt of Cloth. Okay, da brauche ich noch eine Menge Spindles. Ich glaube, ihr Farmer macht da schon. Jetzt sollte ich hier auch noch ein bisschen was... Was hat Korn? Haben wir da, glaube ich schon, ne? Weed. Weed. Invaders. Invaders. Wo, wo seid ihr? Das war's schon? Langweilig. Baroness. Ich hätte das Ding gerne... Baroness klingt ja fast wie ein Lizard-artiges Ding oder so. Okay, wahrscheinlich nur wegen Waran. Weil ich Waran im Kopf habe. Oh, naja. Okay, Dekor brauche ich jetzt nicht. Also noch nicht. Das ist absolut nicht unsere Priorität. Ähm. Toys. Oder doch. Nein. Nein, nein. Ähm. Alle. Einfach alle. So. So. Gut. Ähm. Oh. Macht ja nichts. So. Ähm. Ich hab doch jetzt den Bold of Leather. Oder nicht? Hab ich. Soll ich sowas auch einen einfach mal herstellen. Das wir schon mal haben. Ja, ein Schäfer wäre natürlich auch nice, aber... Ihr habt keine Schafe. Oder... Kommen die dann? Ich weiß es nicht. Ja. Okay. Ah, guck mal hier. Baue mal zwei. Genau, bei. Kaufe mal zwei. So. So. Mh, 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 mh. Was ist denn da? Ach, unser ist noch gar nicht Level 5, ne? Ich guck mal kurz, aber... Ich guck mal kurz, aber... Ne, Level 4 ist er. Okay. Dann werde ich den auch einmal kurz aus der Queue entfernen. Aber er hat einen Bogen gebaut. Das ist ja schon mal was. Okay, ich mach jetzt mal den. Ich weiß nicht, was er jetzt als Stone Mason hier machen kann. Wir schauen aber mal. Was das? Ach so, ne Workbench. Mensch. Okay. Craft. So warm, als er die fertig hat. Oh, there. Is this a new settlement of Bridgeton's own messire? Burly hands said you've been out here. But it's always a bit touch and go in the early days. Shall we get started with the proclamation? Welcome, m'lady. By order of Princess Dania, First Lady of the Ascendancy, in whose dimensions you settle, and with the blessing of the Church of Plenty, in whose wisdom we all prosper, while we pluck proclamation, all settlements that attain local renown will hereby recognize us as official ascendancy townships, with the rights, privileges, and rewards thereof. Rewards? Indeed, by the princess's order, illegible towns that have proven their worth shall win access to architectural learning and wealthier caravans for trade. Next. Okay. You may gain sufficient renown to advance to a township in any of three ways. Military glory, favor with the Church, or the approval of the Craftmasters. Which sounds more interesting to you? Craftmasters. The Royal Craftmasters honor those who's denied for excellence have your amazing creator's statue to their exact and specification, and you shall be one of the few to impress them. Hastings, ho! Excellent. In addition to an appropriate monument, your town will also need to have accumulated certain level of worth. I shall leave the requirements with you should you finish to consult with them again, or should your different path come to appeal more than your initial chosen route. So it's bound to be upon you, Bridgestone, so I shall leave you a bird, so you may summon me to evaluate your progress. To evaluate your progress. Okay. Yeah, whatever. Wie weit ist der? Der ist fertig. Also ich muss das Ding ja erstmal platzieren. Haha. Okay. Okay, er macht das. Das ist sehr schön. Nein, 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 stop, stop. Ich ähm, bitte. Ich möchte das Ding hier. Und davon kann ich auch noch ein paar machen. Nein, 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 oh, 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 oh. einmal 60 und nur warum machte machen die die gebäude eigentlich fertig ich weiß es nicht ich weiß es nicht wenn wir eigentlich dann müssen wir noch so viele betten haben das ist noch welche weiß es nicht kein interesse wir haben also ich kann mal gucken was der karl der ruhe macht und er hat dann noch viel davon bau da so viele wie er kann ihn also kommen wenn es das 3 irgendwie so schön ich sollte sich auch nicht langweilen das darf der mal bauen okay mason level 2 oh nice der war natürlich nice hier treffer ok ich bin zufrieden mit den gebäuden hier Echt nicht. Warum sind die nicht fertig? Geil. Ich kann, glaube ich, noch eine Dining Hall bauen. Oh, Gegner. Okay, bisher geht das mit den Gegnern tatsächlich, einigermaßen. Also, okay, alles klar. Yeah, Farm Level 4. Ich frage es, in welche Richtung und wo baue ich zum Beispiel hier auch. Ich müsste eigentlich umräumen. Aber ich brauche noch Farmen und so. Ich möchte noch ein neues machen. Okay, Pride Bell haben wir da vorne. Ich weiß nicht, was uns das bringt. Ich mache hier nochmal ein bisschen, ne? So, Corn und Weed vielleicht. So. Okay, ach so. Der craftet automatisch die Sachen, die wir brauchen. Brauchen wir uns gar nicht die Mühe machen, immer hin und her gucken. Ich würde sagen, den Rest von denen mache ich erstmal weg. Dann kann er erstmal das machen. Vielleicht noch was anderes craften. Ja, das schafft er noch nicht. Nee. Rufus. Nein, danke. Wer ist jetzt getrunken? Einer von Drain, ne? Noch ein Caleb. Eine super Wache. Okay, ähm, 333. Ich glaube, das hier meint. Vielleicht ein guter Koch, ne? Vielleicht. Vielleicht, vielleicht. So, Stone Maw. Äh. Ich denke mir einfach kein... Ach so, er muss ein Farmer sein. Alles klar. Gut, zwei davon. Zwei davon nochmal. Da kommt vielleicht auch nochmal ein. So. Wenn die fertig sind, dann können wir den einen zum Farmer machen und dann zum... kann er bestimmt krasse Sachen machen. Äh, was wollte... Was wollte man damit mit ihm machen? Ach so, Level 6. Okay. Irgendwas wollte ich mir nur noch machen. Vielleicht bräuchte ich mir das Ding mal. Ah ja, den hier. Hirtenstab. Zack. Super. Also. Ähm, eher hier. So. Okay, alles klar. Level 2. Okay. Zack. Ähm. Oh, er ist doch schon hier. Keine Ahnung. Keine Ahnung. ail. Okay, 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 okay. Tap, tep, 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 tep. Okay, guck, muss Level 2 sein. So, das Haus, wenn die das fertig haben, baue ich noch ein Schlafquartier, was natürlich wahrscheinlich deren Befriedenheit erhöht, wenn ich ein kleineres hätte, aber naja. Das wird erstmal nicht passieren. Was macht der Cook jetzt eigentlich genau? Ja, okay. Macht aber auch schon am Feld weiter, was nicht schlecht ist. Was ist ein Stone? A Trader Approaches Your Town. wenn ich hier dicht machen eigentlich 3 hin im wieso daily update Nächster. Hm. Hm, hm, hm. Er muss ja auch irgendwas machen, jetzt gerade hier. Damit er mal ein Level aufsteigt hier. Das ist der Plan. Ist das Haus fertig? Nice. Sehr gut. Ah, okay, nice, die haben alles da, ah, top. Top, top. Top, top. Was kann ich denn mit, achso, ich muss mal kurz noch Jobs angucken. Ich brauche einen Trapper für, okay. Blacksmith. Blacksmith. Herbalist. Herbalist. Oh, okay. Das ist schon mal. 5 Farmer, das ist natürlich nice. Der Koch, genau, was soll der mal machen hier? Irgendwas, wo mir da ein bisschen irgendwie aufleveln kann. Ich stelle das Lager mal um. Ich werde das Lager hier hinpacken. Remove, remove. Dann baue ich hier, wenn denn, überhaupt noch mehr Felder an. Wenn das denn so wäre, würde ich sie hier hin bauen. Ich glaube, für die Menge sind 3 Farmer ganz gut. Wenn wir jetzt mehr erweitern würden, möchten wir auf jeden Fall mehr. Was kann der eigentlich noch für uns machen? Oh Gott, alle. Alter Schwede. Und los. Guck, Little One. Nice. Ach, der braucht Level 2 für manche Sachen, ne? Ach. Ach. Was ist das denn los? Ah, du bist ein Neukid in der Great Red Territory. Das bedeutet mir weniger. Neukid, take your lunch. Lunch your metaphor. Willst du uns für uns oder anders? Nein, danke. Ich lass mich doch nicht beeindrucken von solchen, was auch immer das sind, ne? Was sind das für Ausrufezeichen? Achso, Holz fehlt uns. Ja, ja. Deswegen habt ihr doch hier die Aufgabe bekommen. Holz zu hacken, Kollegen. Ja, wir sehen mal einen Leiter oder so hier. Ja, das macht ihr gleich, ne? Ja, ja, ja. Okay, er ist auch dabei. Sehr schön. Hm, 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 hm. Äh. Ich überleg gerade, ähm. Eigentlich bräuchte ich noch mehr Steine dann. So, nächster Bewohner. Wollen die weiter? Nein, natürlich nicht. Nee. Brauche ich noch nicht. Bevor das nicht fertig ist, werde ich hier gar nichts machen. Ähm. Aber wie krieg ich denn? Ach da. Ach da. So. Räumt ihr gerade um? Ich hoffe schon. Ja. Jedenfalls ein Teil davon. Weaver Level 3. Ja, nice, nice, nice. So, was können wir jetzt mit dem machen? Kann da was Neues, was Cooles? Rohchrom abgefahren ist. Also, wie hat er dann so gesagt schon? Ähm. Ja. Komplett. Was machen wir denn mit unserem neuen Kollegen hier? Guck mal, ich würde mir das gar nicht. Was? Ja, komm hier. Zack. Mit einer Wache. Aha. Wo ist unser Carpenter eigentlich? Wo ist Caleb? Was macht der? Idle. Kann ich eigentlich schon gehen. Habe ich nicht. Sollte er nicht einen von denen machen? Hier sollte er. Naja. Ohja. Mhm. Guck Level 2. Das freut mich, weil das werde ich gleich ausnutzen. Ähm. Ich brauche mal den Stone-Dings. Weil, der muss sowas hier bauen für mich. Okay. Für den Potter habe ich leider nix soweit. Ja, kann aber von denen ein paar bauen. Ohja. Ja. Nö. Nö. Erstmal nicht. Obwohl, wenn er damit ein bisschen levelt. Obwohl nicht zu Level 4, Level 3, okay. Oh.